Jeder kennt das blikante Meme, Anime, Manga, Netflix-Adaption. Netflix greift sich einfach ein berühmtes Werk raus, fehlinterpretiert es vollkommen, ändert das Charakter-Design so, dass die Original-Charaktere nicht mehr wiederzuerkennen sind und legt noch ein schlechtes Writing drauf, damit sich danach wirklich die letzten Leute aufregen. Wir brauchen einen Fotografen! Verstehst du? Na mach doch deinen Scheiß! Ein gutes Beispiel dafür ist The Witcher, was fast gar nichts mehr mit der Original-Vorlage gemeinsam hat, oder Death Note. Im Anime findet Light Yagami das Death Note, das mächtigste Todeswerkzeug in der Geschichte der Menschheit. Er ist intelligent, machiavellistisch, hinterhältig und vor allem extrem vorsichtig. Doch in der Netflix-Adaption... In der Netflix-Version ist er nicht Badass wie Light Yagami, meine Light Turner, sondern er ist ein Crybaby und er bekommt feuchte Höschen bei Misa, ich meine Mia. Deswegen verrät er ihr alles über das Death Note, was im Moment zum Verhängnis wird. Wirklich ein gut adaptierter Charakter. Aber vielleicht wurde ja L gut umgesetzt. L, der intelligenteste Detektiv der Welt, der nicht das Sonnenlichter erblickt und ein extremer Autist ist. Nun ja, in der Netflix-Adaption ist sein Gesicht kein Geheimnis für die Welt, denn sein Gesicht zeigt er in den ersten Minuten. Im Anime hat er ein blasses Gesicht, weil er nie rausgeht, aber im Anime, naja, ihr wisst es selber. Nun gibt uns Felix Lobrecht, ein deutscher Comedian, den ich persönlich auch sehr schätze, endlich Einblicke, wie die Verhandlungen mit Netflix normalerweise laufen. Zitat. Die Fiction-Abteilung bei Netflix ist völlig irre. Die sind wirklich deep down in diesem Woken Gaga. Sie wollten Neukölln politisch korrekt machen, meine Jugend so machen, dass sie in ihren politischen Film reinpasst. Eine Gang aus arabischen Drogendealern sollte demnach durch eine Gang aus deutschen, lesbischen Mädchen ersetzt werden. Ich dachte erst, das wäre ein Scherz. Das Gespräch war sofort beendet. Was denn für eine Mädchengang? Was denn für deutsche Gangster? Stell dir vor, Hakan und Hamoudi stehen an der Sonnenallee an der Ecke und plötzlich kommen da jetzt Holger und Jens. Seid ihr wahnsinnig? Es ist nur noch Gaga. Ursprünglich wollte Felix Lobrecht seinen Roman Sonne und Beton als Film umsetzen und da gab es eben Netflix als Produktionsfirma und man hat darüber nachgedacht, ja, seinen Film umzusetzen. Und es wird noch schockierender. Denn man wollte sein Werk nicht nur extrem verfälschen, hier ja wirklich ein Teil seiner Biografie, seiner realen Erlebnisse. Netflix wollen da mit ihren dreckigen Fingern da wirklich eingreifen und sagen, nee, wir verändern jetzt die Realität, wir verändern jetzt deine Vergangenheit, wir verändern jetzt deine erlebten Geschichten. Das Lustigste an dieser ganzen Geschichte ist, er hätte weniger Rechte bekommen und zudem sollte er auch die Produktionskosten selbst übernehmen. Aber diese Einblicke sind schon wirklich interessant. Netflix ist wirklich komplett irre, komplett wahnsinnig und verfälscht einfach die Realität, auch die Realität von Neukölln, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht denken die ja wirklich, dass arabische Clans hauptsächlich aus lesbischen deutschen Frauen bestehen. Nein, also unabhängig von allem, es ist ja eine Sache wirklich ein fiktives Werk zu nehmen, aber es ist eine andere Sache, ein Werk zu verändern, wo wirklich viel der eigenen Erfahrungen Biografie mit drin sind und es ist einfach nur respektlos von Netflix gegenüber Felix Lobrecht und zeigt, dass diese Firma komplett in ihren Elfenbeinturm lebt. Aber bei One Piece lief es zum Beispiel ein bisschen anders. Da saßen ja wirklich Leute, die teilweise die Materie kannten, es gab viele Easter Eggs dort und die Serie, auch wenn sie einige Schwächen hat, funktionierte grundsätzlich. Wieso war das so? Weil Netflix unter unglaublichem Druck stand. One Piece Fans sind wirklich sehr sauer, wenn Kleinigkeiten nicht stimmen und das ist genau der Schlüssel, damit diese Produktionsfirmen, damit diese großen Filmstudios auch, ihre Inhalte ändern. Der Druck von den Zuschauern, der Druck von den Fans, das ist das Einzige, was hier wirklich hilft und da muss man einfach laut sein. Lauter eben als diejenigen, die eine Verfälschung der Originalwerke fordern. Was denkt ihr über Netflix? Was denkt ihr über Netflix-Adaptionen und diese Geschichte mit Felix Lobrecht? Also wenn ihr mich fragt, ich finde das wirklich sehr, sehr schlimm, wie man wirklich teilweise auf die Biografie einer Person so krass spucken kann. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!